Was haben wir momentan drinne? Momentan ist der Glückswürfel da drinne. Es wird auch noch ne Weile dauern, deswegen lass ich den Glückswürfel noch drinne. Den würde ich auch behalten wollen, den Glückswürfel, den tue ich mir dann wieder entzaubern. Aber ich würde hier auf jeden Fall... Den haue ich da rein, so, klack, super. Ja, die beiden behalten wir auf jeden Fall. Bei den Rotstiefelschuhen 40, Gesundheit, 4 Mana. Die werden wir eine Weile behalten, glaube ich. Aber die will ich trotzdem nicht reinhauen. Dann haue ich jetzt mal, uns fehlt auf jeden Fall noch Giftpanzer. Und dann machen wir zwei mal Giftpanzer, aber Elektro haben wir gar nicht. Dann haben wir zweimal Giftpanzer da jetzt reingehauen. So, Moment. Das ist ne ziemliche Erklärungsfolge, es tut mir sehr leid. Vielleicht mache ich die Folge länger. Ähm, das gehört aber zum Spiel dazu. Und warum entschuldige ich mich eigentlich, das gehört zum Spiel dazu. Ähm, wir haben noch Hosen, 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 Hosen. Auf jeden Fall. Aber, ich möchte bestimmte Dinge verzaubern. Und zwar will ich dieses Ding verzaubern. Das Glück ist auf eurer Seite. Das Glück ist auf eurer Seite. Nochmal 4 Mana, what the fuck. Geiles Teil. Jetzt haben wir natürlich diesen Helm noch. Den würde ich noch verzaubern. Der ist jetzt neu. Kostet 900. Okay. Das Glück ist mit euch. Gesundheit. Mehr Gesundheit gibt da. Sehr schön. Jetzt haben wir hier den von... Der kommt ja dann weg hier. Dann haben wir jetzt die Gemeinde am Druhen. Die waren da unten. Das Angelloch haben wir noch gar nicht... Achso, das ist ja das normale Angelloch. Ähm. Die Druhen, die gemeinsam waren ja... Gemeinsames Lager und Lager. Genau, da kommt nämlich jetzt das hier mal alles rein. Das ist ja... Giftpanzer, Elektropanzer erhöht. Alle Schaden um 2 brauchen wir nicht mehr. Gefundene Goldmenge um 3 ist ganz lustig. Ist aber auch nicht mehr so wichtig. Ähm. Eiserner Kopfschmer des Mysteriums. 12-Kopperpanzerung und 19 Mana. Moment. Wie? Wir kriegen ja die 12 Mana dazu. Ich lass das mal drinne. Dieses Ding... Berserker Rundschild der Wärme braucht man eh nicht. Wir spielen eh nicht damit. Ähm. Dann tue ich mal hier jetzt ganz kurz sortieren noch. Ihr werdet mich hassen für die Folge. Ich weiß es. Ja. Aber ich sag mal so. Ganz ehrlich. Körperschadenflicker. Achso. Das ist das mit den Goldmenge. Die Goldmenge-Dinger lege ich mal auf einen Platz hier. Die Dinge, die wir noch nicht ausrüsten können, lege ich mir runter. Gehen wir mal ganz ehrlich. Das Display hier. Schauen mega wenige. Das schauen echt so, 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 so wenige. Ich habe maximal aufrufen von fünf Klicks auf das Video. Ist mir also echt egal. Muss ich gestehen. Die, die zugucken, die werden das schon verstehen, dass man in solchen Spielen das machen muss. So. Und alle, die nicht zugucken. Puh. Ist mir doch egal. Die meisten Nahkampfwaffen richten bei einem Ziel benachbarten Monster in einem Bogen von euch. Kommt ihr euch schon. Mal zwei Handwerfen. Hm. Okay. So. Wir haben einen Schlüssel schon gefunden. Jetzt waren wir irgendwo hier. Oh, hier geht es nicht weiter. Wir waren irgendwo hier. Genau. Und hier sind wir gerade gestorben. ein bisschen. Ich bin über Mana. Ich habe wenig Mana. Ich habe wenig Mana. Sicher. Ich bin über Mana. Lalalalalalalala. Lalalalalalala. Lalalala. Lalalalalalalala. Ich muss aufpassen hier. Oh, da kann ja keiner schießen. Oh, die greifen helfen, die helfen, die helfen, die helfen, ich bin gleich tot, die helfen, ich bin gleich tot, ich bin tot, das war so klar, äh, ich mach mal das, 120 ist nicht viel, Alter, was war das denn jetzt, okay, wir haben natürlich keinen Tränknehmer, das ist ziemlich doof, ich geh mal kurz hier außen rum, oh. Ja, Tiger, wo ist der One for killing me? Hallo? Oh, das ist viel. Hallo, ich würde da gerne, boah, lass das Blutschirm, ja, ist mir doch egal, ich will hier den Loot haben, da ist mir das Blutschirm mir vollkommen egal. Zauber Spruch, wir haben den Zauberspruch gefunden. Selbstheilung 2, wie geil. Ähm, Zauber entfernen. Wie geil, Selbstheilung, oh mein Gott. Ist das geil, sowas gibt's. Na, also jetzt brauchen wir keine Zauberdränke mehr, jetzt wird einfach immer mit Selbstheilung angewandt und wird weggerannt und wird wieder selbst gehalten. Na, wie geil. Versteckt das Angelop rum. Eisenglutstein bekommen, sehr schön. Sag mal hier. Wir haben jetzt alle weggelockt von hier oben, das heißt wir... Oh, ist das schön, da kann ich mir auch richtig auf die Fresse geben, dass ich mir sowieso nicht weiße. Nooo, geil. Okay, das gefällt mir. Kostet aber mega viel Mana. Ja, 21 geht eigentlich. Elektro-Ring. Moment, warte mal, das müssen wir, glaube ich, gleich mal machen. Funkelsteinscherbe. Klingt ja auch nice. Ich würde aber den Feuer-Panzer-Ring wegnehmen. Und den Elektro-Ring draufpacken. Das sieht mir jetzt schon ausgeglichen aus. Lalalalalalalalala. Lalo. Lalo, 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 lalo. Oh, komm mal, okay. Guck, der Schatten, der ist gleich kurz geschatten. Der hat sich ausgeschattet gleich. Schön, dass die mir helfen. Na ja, tut mir ruhig, will ich mir egal. Lalo, 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 lalo. Was für ein Spinner? Okay, was ist das denn jetzt? Lalo, 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 lalo. Lalo, 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 lalo ach wieso kuss ich durch die gegend renne jetzt so ist das schön leuchtkristall zauberstar lang wertvoll muss aber nichts heißen ich habe wenig mana hulala das ging jetzt auch ab hier okay da muss man sich doch ein bisschen zusammenreißen wenn man so viele hat dann bitte nehmt das jetzt zeige ich meine dankbarkeit die kämpfer gerade eben noch gefunden die goldmengen um 3 erholt ist immer geil dann nehmen wir das einfach mal mit weil dann würde ich mir gerne das ganze selbst zusammen kaufen vielleicht gibt es da noch wohnen ich glaube nicht dass diesen boden ich wüsste zumindest gelesen zu haben davon jetzt ich muss aussehen aber übelst einfach zu besiegen auch der ist tot okay was hier ist hier ist nichts die phasenbestie die müssen wir übrigens noch mal holen auf der anderen ebene die haben wir noch nicht gefunden auf der ebene auf der schnee ebene haben wir die phasenbestie noch nicht erledigt na dann das fasenportal was ist das denn her schleim königthea meisterthea what the fuck oh mein Gott 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 ja mein Begleiter ist schwer verletzt das wird hart die Menge was die da ausstufen hat ich kann mich hier ewig lang halten aber ich habe wenig Mana Mana ist ein ganzes Problem Hilfe dieser Slow ist so eklig Hallo Hä was war das zu hier zu ich kann da nicht mehr wobei Hilfe äh euer Begleiter ist verwundet euer Begleiter ist verwundet euer Begleiter ist verwundet ja super ja Feuerball das war jetzt einfach ich brauch mehr Mana Moment auffallen geht's euer Begleiter ist verwundet ich frage mich halt nur wie ich zu dem König kommen soll zu dem Königen kommen soll ich frage mich halt nur wie ich Wenn diese Viecher da die ganze Zeit sind. Ich erreiche ja gar nichts. Ich brauche mehr Mana. Wie komme ich da durch? Der Begleiter ist. Warum? Ich brauche mehr Mana. Oh fack, oh fack. Ich brauche mehr Mana. Dieser Flow ist auch so krass. Euer Begleiter ist verwundet. Ich hab den noch nicht abgedrängt. Der? 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 die sport das ist wie soll man das denn bedient ist geflogen also ich habe es dann überlegt ob man eventuell aber selbst damit so viele viele plattformen sind ja gar kein ende mehr